moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video habt ihr ein bisschen klasse 1 hier die kugel blitz a von funke sollte eigentlich mittlerweile jeder kennen die schauen wir uns mal an sind schön mit kügelchen drin sechs stück in der packung jawohl sechs stück und die zünden wir jetzt mal ich würde sagen wir machen alle sechs klingt doch gar nicht so schlecht ja na was er Da. Ja, zwei Stück haben wir noch. Ja, sind auf jeden Fall besser wie die mit Meteoriten drin. Da haben wir sie nochmal, Kugelblitz A von Wunke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.